Anni Weber. Hi. Danke. Entschuldigung. Er ist ja wahnsinnig süß. Also, eine Frage habe ich ja vorweg. Sind Sie verwandt mit Bernhard Wilhelm? Mit dem Modezahn? Ja. Nee. Vielen Dank. Sie kennen sich von mir aus. Oh, das finde ich toll. Ich meine, ich finde, Männer sollten sich ja auch ein bisschen um ihr aussehen können. Also nicht ganz so exotant schminken oder so. Also ein bisschen Abdeckstift und so. Ich bin aufgeregt. Ich meine, Sie brauchen das auf gar keinen Fall, weil wir... Sie haben ein Marco Dutel und ausdrucksvolle Augen. Wimpern, meine ich. Ja. Dankeschön. Kommen wir zu Ihnen. Champagner? Ja, gnädige Frau. Ja, Champagner. Und der Herr? Ich bleib beim Wasser, danke. Vielleicht nachher zum Essen ein Glas Wein. Gern. Ja, Ihr Lebenslauf ist ja wirklich beeindruckend. Was? Ihr Lebenslauf. Mein Lebenslauf. Ich würde ja mein Online-Dating-Profil nicht gerade als Lebenslauf bezeichnen. Online-Dating-Profil? Nein, ich meinte schon Ihren beruflichen... Schammer. Schön. Ich finde das komisch. Warum singt man eigentlich nicht mehr ohne Grund? Weil man das irgendwie merkwürdig findet. Danke. 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 Du bist so fischse. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020